Das ist schön. Der Mensch ist zu so wahnsinnig tiefen Gefühlen fähig. Liebe, Hass, Sodbrennen. Zu den schillerndsten Phänomenen im emotionalen Bereich zählt sicherlich die Wahrnehmung extremer Temperaturen. Nicht, wenn Sie gar nicht chinesisch essen. Dann wissen Sie, in China-Restaurants ist es allgemein üblich, lange bevor die Schüsseln mit dem Essen kommen, einen glühend heißen Teller vor den erwartungsfrohen Gast zu setzen. Und obwohl der Kellner immer sagt, pull ich, ich heiße. Immer sagt er das, es nützt aber nichts. Denn der Vorgang löst einen bedingten Reflex aus. Man muss einfach selber nochmal hinlangen und das Ding zurechtrücken. Wenn das Essen kommt, ist der Teller längst kalt. Aber die Brandblasen erinnern uns noch wochenlang an den schönen Abend. Ganz toll ist natürlich extrem hohe Hitze im Mund. Dabei sind besonders tückisch Speisen, bei denen eine Teighülle einen fast flüssigen, heißen Kern umschließt. Denken Sie in der Pizzeria an diese Calzone, diese Klapppizza oder auch gebackene Camembert. Kann schön sein. Oder bei McDonalds die heiße Kirschtasche. Das Schlimme ist nämlich, diese äußere Hülle kühlt relativ rasch ab und täuscht so unsere prüfenden Lippen. Und die signalisieren jetzt dem Stammhirn, okay, fettig machen zum Zubeißen. Und jetzt ergießt sich die ca. 600 Grad heiße Füllung in unsere mit etwa 4 Millionen Nervenenden ausgekleidete Mundhülle. Von diesem Augenblick an wirkt der Mensch nicht mehr sonderlich souverän. Denn statt, dass wir einfach dem Filialleiter die Kacke aufs Hemd spucken, gehen wir in eine halbe Rumpfbeuge. Der Mund öffnet sich in der trügerischen Hoffnung auf die Schwerkraft. Die Arme machen eine Mischung aus Joe Cocker und Herbert von Karajan. Der Rachenraum produziert den Soundtrack zu Exorzist 11. Die Augen treten etwa einen Meter aus ihren Höhlen und suchen den Raum nach Kühlflüssigkeit ab. Wir entdecken ein Kind mit einer großen Cola. Entreißen Sie ihn. Dabei bleibt aber der Strohhalm in seinem Mund zurück, während es weinend wegläuft. Jetzt ist ja nur der Deckel drauf. Bei dem Versuch, ihn abzureißen, zerdrücken wir das Teil, setzen dabei eine ältere Mitbürgerin komplett unter Wasser, die daraufhin mit ihrer Gehhilfe auf uns einschlägt. Denn wir wirken ja immer noch nicht besonders vertrauenerweckt. Soviel zur heißen Kirschtasche von McDonalds. Lass mich noch rasch ein ganz kleines Urlaubserlebnis anfügen von meinem allerersten Frankreich-Urlaub. Ich sprach damals kein Wort Französisch. Ich nahm nach einer langen Fahrt in der Nähe von Lyon ein Zimmer in einem kleinen, sehr alten Hotel. Ich stehe in der kleinen, sehr alten Duschkabine. Blicke wohlgefällig in meinem Körper herunter. Damals konnte ich das noch. Und es gab keine Handbrause. Nur eine fest installierte Überkopfdusche und zwei Hähne. Auf dem einen stand F, auf dem anderen C. Gut, heute weiß ich, wie sind wir alle, F, froh, kalt, C, froh, warm. Damals dachte ich... C, wird Englisch sein, ne? Cold. Und F, ja, da hat der Französisch verschrieben. Farm. Farm. Ich drehe also Farm auf und stehe in einem Schwall eiskalter, brauner Brühe. Sie sind oft aus alten Rohrleitungssystemen, die lange nicht benutzt worden sind. Eiskalte, braune Brühe. Und auf der Stelle zog sich Louis XIV, mein Sonnenkönig. gekrankt, in sein Jagdschlösschen zurück. Ich sah ihm lange nach. Und es schien, als luge er vorwurfsvoll zu mir empor, so als wolle er sagen, ey, bist du bekloppt, ey! Ich regelte uns beiden also jetzt aus F und C eine angenehme Temperatur zusammen, stehe da so drunter. Plötzlich höre ich irgendwo von nebenan das Geräusch einer Klospülung. Und was ich nicht wusste, war, dass dieser Vorgang in dieser alten französischen Rohrleitung meiner Wohlfühlwassermischung binnen Nanosekunden den kompletten Kaltwasseranteil entziehen würde, so dass ich unter brauner Lava stand. Was ich auch nicht wusste, war, dass französische Klospülungen zumindest damals etwa 25 Minuten arbeiteten. Was ich weiter nicht wusste, war, dass die Duschkabinen-Schiebetür, die von außen nur klemmte, von innen gar nicht zu öffnen war. Ich wusste nur eins, ich wusste nur, du hast nur eine Hand, um diese beiden Hähne zu schließen. Denn mit der anderen Hand Musste ich so gut es eben ging den Sonnenkönig schützen. Denn das wusste ich, wenn ich ihn verbrühen würde, dann hätte ich ein Problem. Denn ich würde in diesem fremden Land, dessen Sprache ich nicht beherrschte, niemanden zum Pusten überreden können. Vielen Dank. Vielen Dank.